Drama des Lebens, Drama des Glaubens, Passions- und Osterdarstellungen im Freiburger Münster. Das Drama des Lebens in allen Facetten, von Tod bis Schwangerschaft, von Neugier bis Gleichgültigkeit, von Spott bis Mitleid. Das menschliche Leben in allen Abgründen, aber auch in seiner ganzen Größe, ist abgebildet auf dieser Darstellung der Kreuzigung von Hans-Baldum Grin. Eine unglaublich aufgeladene Darstellung, die uns zu einer Entdeckungsreise einlädt. Im Zentrum der Darstellung Jesus, schon tot, voller Wunden, Zeichen der Geißelung. Und doch das Gesicht friedvoll, der Leib wie erleuchtet. Sein Blick geht nach unten, wie wenn er schauen würde auf die Frau zu Füßen des Kreuzes. Maria Magdalena, die Sünderin, die damals als bekehrte Prostituierte galt, deshalb die offenen Haare und dieses Gewand. Der Blick Jesu auch auf den Schädel, auf Adams Schädel. Der Hund, Symbol des Teufels, nagt an den anderen Knochen. Auf Golgotha soll das Grab Adams gewesen sein. Und der Schädel Adams blickt nach oben, wie Maria Magdalena, voll Hoffnung auf Jesus, den Löser, der löst aus der Verstrickung der Schuld. Unter dem Kreuz, das ganze Leben der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Und es teilt sich in rechts und links vom Kreuz. Zur rechten Jesu die Frauen, der Lieblingsjünger in Rot, der Maria stützt, die bekehrten. Sie alle vereint im Mitleid, in der Kompassio. In der Frömmlichkeitsform der Demotio Moderna, die damals aktuell war, sollte man sich mit Christus über das Mitleid verbinden. Maria, ohnmächtig und zugleich wie in Geburtswehen. Maria als Bild der Kirche, die aus dem Herzen Jesu geboren wird, wie Eva einst aus der Rippe Adams genommen wurde. Rechts die Gruppe der Sünder. Keine amorphe Masse, sondern ein Panorama des Gemeinwesens. Verschiedene Berufsgruppen und Stände. Und auch alle Laster sind versammelt. Stolz und Eitelkeit erheben geckenhaft, protzend ihr Haupt, im Gegensatz zum geneigten Hauptchristi und der Jünger. Der Neid blickt von unten auf die Frauen, der Zorn mit hitzig-dunkl-rötlichem Gesicht, gefährlichen Augen, in der Faust einen Bogen, mit dem er einen Pfeil ausschicken wird. Die Unkeuschheit in Maria Magdalena, aber auch rechts neben ihr, mit der Schamkapsel angedeutet. Die Unmäßigkeit, prächtig gekleidet, dick, selbstbezogen, wurde ein Porträt des Bürgermeisters von Freiburg. Die missmutige Trägheit schließlich ganz rechts, verschränkte Arme, bequem auf die Keule gestützt. Traurig. Sie alle im Gewand des 16. Jahrhunderts, damit der Betrachter sich wiedererkennen kann. Denn der Schlüssel zum Verständnis ist, dass vor diesem Bild im Spätmittelalter gebeichtet wurde. Dort wurde das Sakrament der Versöhnung gespendet. Beichtstühle wie heute gab es noch nicht. Und so ist das eigentliche Thema des Bildes die Umkehr. Longinus mit der Lanze hat die Seiten gewechselt. Er blickt ehrfürchtig auf zum Gekreuzigten. Und auch die Mörder reagieren unterschiedlich. Einer stellt sich seiner Vergangenheit und wendet sich vertrauensvoll Jesus zu, bittet um Vergebung. Trotz seines Mordes vergibt ihm Jesus und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die erste Heiligsprechung. Dem spätmittelalterlichen Menschen, der sich um sein Heil sorgt, der ein unheimlich trostvoller Satz. Doch es gibt auch den anderen Schecher, der sich verschließt in sich selbst. Und so ist die Kreuzigung ein Panorama des gesamten Lebens. Letztlich mit der Frage, wo erkenne ich mich? In den Frauen, die dem leidenden Christus heute noch beistehen, ihn erkennen im leidenden Nächsten. Oder in den Lastern, in der Selbstbezogenheit. Lasse ich mich mit Gott versöhnen oder verschließe ich mich in meiner Schuld? Die Künstler der Zeit, wie Hans-Bald und Grin, sind Inszenierungskünstler. Und ein Kunstwerk ist umso mehr gelungen, je mehr wir Teil des Geschehens werden, je mehr wir berührt werden und je mehr wir in Kontakt mit Jesus kommen, der unsere inneren Wunden heilt. Und hier, weste öffnen, wie Hans-Bald. Berlin